Oh, das reicht mir schon. Oh, Hure. Komm her, ich fick deine Mute. Oh, ja. Ich sag jetzt schon mal Hallo. Hallo. Eigentlich schneid ich es nie mit rein, aber das kann man schon mal nicht. Ah. Was? Ah, meiner. Meiner. Komm her. Geh nach unten. Na komm nun mal in die Ecke, du Trainer. Ja, zack. Oh, was? Was? Wo ist denn der? Was? Der ist nicht geschoben? Oh, nein. Da läuft was nicht mit rechtem Ding zu. Schon wieder ein Clan im Gegend. Eingeputtes Zeichen. Du hast es verschrieben. Äh, verlesen. Es steht noch K und nicht Clan. Oh, nein. Ja, ich steppe die ganze Zeit. Okay. Hab ich einen Kill gemacht? So, zwei. Ja. Zwei. Guck mal wer wieder ins Team Erste ist. Geht er schon los? Geht er schon los? Hey. Ja. Hat er schon da aufnehmen gesagt? Ja, ich hab schon mal hallo gesagt. Wir haben schon da vorhin alles. Oh, hallo. Hallo. Horst ist auch angekommen. Horst. Horst. Jetzt gehts los mit voller Horstpower. So, jetzt verteile ich erstmal. Was denn? Geschenke? Essen. Was? Hey, nicht so verfressen hier. Boah. Ich gar nicht. Hab ich kassiert. Lass mich fragen, die sind außen. Ja, ein bisschen. Ah, ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Nein, auf B. Nein, auf B. Nein, auf B. Nein, auf B. Kannst dich mal zusammenreißen. Nicht sterben. Die sind auf B. Die sind auf B. Äh. Glett runter springen. Mann. Glett runter springen. Glett runter springen. Och, halt die Fresse. Cheeks... Schu... 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 Wo kommt der her? Muss ich mal angucken. Lauf. Ich lauf. Ich lauf. Ich salbe. Ich salbe meine schöne... äh... Dings. Five seven. Hä? Das war doch okay, ey. Glett ist einfach Waffe. Ja. Nein. Äh, ja. Waffe. Hey, 001. Sehr gut. Weiter so. Ja, guck mal. Wir sehen die nächsten alle gleich gut. Ja. Alle. Kommt sich keiner benachteiligt vor. Du ist gut. Wieso hast du eigentlich keinen Philips vor deinem Namen? Weil ich's kann. Nein, du bist voll uncool. Oh. Boah. Bin ich der Außenseiter, ja? Nein. Ja, in dem Falle schon. Ne, der Außenseiter ist der... Ja, sicher. Damit direkt... Was? Äh, zwei ist ne Rampe. Okay. Was sind denn das für Gegner hier? So, scheinst ernst? Keine Ahnung. Ja, eh, es... Zweiter Versuch. Oh. Wir machen das so lange, bis du's schaffst. Lauf. Muss auch nochmal alle sterben. Du hast länger als wir durchgehalten. Ich hab so das Gefühl, dass sind wieder Gold Nummer eins und wir steigen dann ab. Ja. Ja, ohne Mist, ey. Das... Das kommt wahrscheinlich jetzt auch noch. Ich rasche... Bisschen. Raschen klingt immer gut. Mach ich auch. Rasche. 90. Rampe. Ey, geht weg. Nehmen wir das außen. Okay. Was? Was? Ey, da kommen... Da kommen mehrere. Oh leid. Hab ich einen Assis? Oh mein Gott. Nö. Aber nö. Zum Glück hat das grad keiner gesehen. Du warst nicht auf mir drauf, oder? Nein. Gut. Sehr gut. Ich hab's nicht für die Ewigkeit festgehalten. Sehr gut. Jetzt wird er zerrobt. Jetzt wird er zerrobt. Hast du den... Ja, den hast du nicht gesehen? Äh. Eieieieieieieieieieieieieieieieieiei. Guck mal, dieser Screeb, der gibt voll an, weil er ihn gekillt hat. Soll er sich ein Eis backen, ey? Kann man doch gar nicht backen? Klar kann man Eis backen. Wie denn? Ohne Scheiß, weißt du das nicht? Nee. Wie genau, weiß ich grad nicht. Ich glaub, das muss man panieren oder irgend sowas. Nee, kann man echt ohne Scheiß, man kann Eis backen. Oh, geil. Ist das dann trotzdem kalt? Eine berechtigte Frau. Ausnehmen. Außen, aber nicht auf dem Dach. Ja, wie der auf mich wartet. Was? Was? Alter, haben die irgendwas an oder? Boah. Oh mein Gott, es ist B. Ach so. Ja, 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 ja. Echtes? Ein riesiges Matt. Matt? Matt. god. Matt. Matt. Yeah, ich muss das Loch finden. Und tot Du musst das Loch finden. Das ist so schwer. Ja, manchmal ist das schwer. Das müssen wir doch wissen, oder? Oha, was ein Penner. Nö, ich bin doch Jungfrosch, ich weiß das nicht. Machst du nicht gerade das Play? Ich mach das. Das kann man rausfallen. Was ist das für blöd, ey? Ich will nicht mehr Rampe gehen, das soll doch jemand anders machen. Ja, dann geh ich Rampe. Wo geh ich denn hin? Ja, mal dir einfach was. Okay. Maybe außen? Ja. Aber außen, Bombe außen. Innen. Was? Loll, ach da cool, das ist ein Gegner. Ja, das ist ein Gegnerspaar. Machen wir jetzt 016, oder? Sieht stark an der Haare. Ne, ich werfe ein 1 16. Oder 019, die sich vor und zu gewinnen worden ist. Fuck. Gott sind wir scheiße. Ey, lass den mal kicken, ohne Mist. Warum? Weil der... Weil der... Weil der gut ist, oder was? Ja, das hat sich gelesen. Ey, wenn wir jetzt... Drei, drei, vier, gehts. Putz. Schon live bedenken. Guck jetzt mal außen. Ich sterb jetzt mal außen. Ich muss mit der Mist zusammenspielen, sonst klappt das nicht. Ja. Ha, ich hab kill gemacht. Ah. Weil die nichts können. Machst du da? Ich? Ne, er. Er killt dich. Bombe ist down. Cool. Echt? Mann, das war meiner. Fand das jetzt. Guck mal, ich hab Cheats angemacht. Hab den Stern schon gekündigt. Noch nicht, 016. Was geht denn da ab, ey? Wo hast du denn das geschafft? Hast du da angemacht, oder was? Ja. Geil. Hab ich nicht angemacht. Mach mal beide an. Bildschirm an. Ja. Lass du mal was siehst. Let's go. Lässt mich voll alleine. Fuck. Ja. Oh mein fucking. Ich hab' selber gestürzt. Was hat denn da? Oh mein fucking Gott sei der Scheiße, ihr habt mich sterben lassen. Hä, wieso schießen sie durch den Rauch, nachdem ich ja durchgeladen bin? Man. Ich bin so gut wie down. Ich bin so gut wie down. Ich bin so gut wie down. Ich bin bei A. Wuhh. Mann, wo ist die Necke. Oh ne. Wo ist sie? A? B? Ja, A. Ja, A. Oh? Defuse, das hat keiner. Defuse, defuse, defuse. Spring runter! Was? Da ist er beim linken Bench, steht er. Hab ihn doch schon. So. Ich dachte aber gleich. Guck mal, wer ist das? Jawoll. Guck mal, letzter ist. Ey, ne, das kann, das geht nicht. Du bleibst jetzt bei mir. Wenn die dann aufgeregt wird, das, ne. Wieso sterbe ich eigentlich so oft? Ja. Du kannst es nicht. Du kannst das nicht? Guck mal, sie will mich einfach nicht. Sie will mich nicht. Ich geh immer nach oben. Ja, unerwartet, he? Unerwartet. B oder A oder B oder wo? Was? Was? Oh, Rampo? Was? Ne, die sind, ja, die sind zwei. Bombe GT. Was? Hm, das waren die letzten zwei. Echt? Wunder du. Hm. Wo legt der? Der hat gelegt. Hat er nicht. Ja, aber nicht A. Boah. Nee. Scheiße. Elo. Komm, das schaffste. Jawoll. Nice. Bombe liegt nicht. Siehst du, schon haben wir eine Frau dabei. Schon läuft's. Da haben wir E-Mails gemacht oder was. Irgendwie war zu auffällig. Ja. War zu auffällig. Oh, wir haben Zuschauer. Na ja, nach 05 muss ja mal was kommen. Ja, wir haben halt viele Echos gemacht. Oh, die sind Rampe, ja. Einen hab ich 93. Ich hab einen außen erwischt. Die holst du. Hä? Wo? Jawoll. Lol. Da kann noch ein zweiter kommen, gell? Da ist es. Lobby, da geht es. Rampe. Rampe. Achso, du bist. Nee. Da ist gar keine Rampe. B. Nee, nicht so ganz, ne? Nee. B. B. Aua. Was macht der andere Idiot denn? Komm, ich schmeiß den jetzt rein. B ist das andere A. Wieso kann ich die Spiele nicht mehr wechseln? Hallo? Boah. Ich möchte doch den guten Leuten zugucken. Nicht dem Deppen hier. Was ist das letzte? Oh, du Buschkopf, du. WTF? Alles was du sagst, ist WTF, ne? Du bist scheiße. Äh, Leute, ich leg da mal auf, ne? Was? Nee, 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 nee. Die muss jetzt warten. Die muss jetzt 10 Minuten warten. Was? Du bist ja hier. Boah. 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 Ja, spiel wenigstens mit. Äh, play wenigstens mit. Ja. Boah. Oh, scheiße, außen. Du, äh, rampusierst. Klar. Nöps Alles nöps Ach Carsten, was ist denn das für eine Leistung? 60 Boah, Horst Die Fläche, die war genial Ey, was guckst du da drauf, ey? Die war zwei Ecken Halt die Klappe Wo ist denn der Buschkorb? Wo ist die Bomb? Bombbestimmung Auf B Ja, das war so klar Da war ein Gegner Scheiße Scheiße, Mieter Ich muss ne Ecke machen Ich nicht P90 Power Ich kann mir keine P90 grüßen Arme Sau Gute Kürfung, Luba Miss, I miss you Tja, ist das schlecht What? Was? Das ist doch Das ist doch Woh, mein Ohr Alles ist scheiße, Joll Das ganze Leben ist kacke Leicht brutal Ey, wo sind die durch? Oh, der, great Stay Auch für dich Hey, wo ist das Ganze? Der ist da oben Was? Oh, mein So leicht So leicht Bullshit Hammer Ey, du hast ja nur noch Headshot geschrien Scheiße Echo Echo Wie nennt ihr eigentlich Hey, jawoll Da ist sie wieder Ach Na Ich gehe gleich wieder Ich gehe gleich wieder Awww, diese Scheiße, Auto, äh, diese Scheiße, äh, aber, oder? Aber ich bin, ich bin voll, deswegen. Mir ist das egal, was ist es. Nee. Scheiße, alle. Ach, Mann, Mann, scha-w-w-w-w-w-w-w. Was Tyrannosaurus reckt. Boah, den Eier hab ich noch gedrückt, du. Boah, der ist voll Scheiße, ich denk, wir wollten ihn kicken. Den kick ich noch? Ja, irgendjemand hat für uns nicht ja gedrückt. Ich hab... Äh, äh, hust, hust. Was, du was, ey, da gibt's gleich mal einen Schi-schuss in den Fuß, du. Ohne Mist hier, der darf doch nicht wahr sein, du. Ähm, ich hab ja gedrückt. Irgendjemand, jawoll. Hey. Hey. Guck mal, guck mal, ei. Ach, die Runde hätte jetzt auch noch spielen können, ohne Scheiß hier. Also echt viel Kacke kann man sein. Außen. Ich hab eh nen Header gegeben dort hinten. Außen. In nem anderen 22, Schaden. Ist das ein Scheiß Ernst, der hat noch 80 HP. Ach. Ach. Horsten, incompetent. Na, wenn der... Wenn ich rauskomm aus der Smokin, der direkt drauf fällt mit seiner Scheiß A. Das ist doch normal. Geh nicht dahin. Geh nicht dahin. Warum gehst du denn dahin? Geh doch runter, nach B. Geh doch nach Hause, du alte Scheiße. Geh doch runter, nach B. Was machst du da? Echt? Ich hab noch 26. So schön ist egal. Ich bin doch direkt Fallobst. Obst. Spring mal runter zu A. Ah, da kommt einer. Die legen auf B. Jetzt. Ja. Siehst du? Siehst du? Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Ach, wusste nicht wirklich. Echt? Warum hast du denn erst hingeguckt, wo die Granate hingefallen ist? Was? Wolltest du die Wand anschießen? Warum hast du so hochgeguckt? Ah, ja. Ey, guck mal auf die Uhr. Es ist schon spät. Ich schieb's auf die Uhrzeit. Ja klar. Es ist auch seit 12. Come on, come on, chop chop. Guck mal, da oben steht Hartz IV. Weil ich wohne im Hartz, deswegen finde ich das ganz witzig, dass es so schief. Oh, Philipp. Ohhhh. Na zieren. Sie haben die Schweiz von mir entfernt, du. Ja, wo wolltest du denn? Frankfurt. Äh. Nein. 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 Das war schon im Hartz. Wieso musst du denn Frankfurt wohnen? Das ist so traurig, wenn man in Frankfurt wohnt. Ja. Krass, haltet die Klappe. Oh. Was ist denn der? D. Boah. Ah. Bomb has been planted. Oh. Wieso? Wir haben Clash II gekauft. Scheiße. Warum scannen die nicht? Warum haben die irgendwelche Probleme? Äh. Drei Elfen. Ja, drei Elfen. Ich hab's schon gemerkt. Irgendwie... Ja. Ich kann mich nicht kaufen. Letzte Runde der ersten Hälfte. Kauft ihr alles, wie's geht. Ja. Move it, son. Das ist eigentlich ne Anti-Terror mit, ne? Mh. Ja, ich weiß nicht vieles Theorie, aber... Status. Ich hab ein Kill gemacht, an dem ich tot war. Und ich hab's nicht geschafft. 94... 2 gekriegt. Oh, jawoll, jawoll. das schaff's so. Das schaff's so, ich glaub an dich. Jawoll, jawoll. Alles gekonnt. Report for aim all Ausserüberzeichen 1 1,0,0,0. So, äh, ach, die ganzen Waffen sind scheiße. Take 9. Nee, P250. Take 9. Nein! Take 9! Nein! Doch, das ist die 9, ja. Einfach nö. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Äh, Lassramp. Ich glaube, der Bombe, naja. Fast. Boah, der hat hier direkt gedrückt, ey. Einer kommt von hinten. Boah. Äh, wo ist die Bombe? Was ist denn jetzt los? Wo ist die Bombe? Hinter euch. Ja, lauf, 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 lauf. Ja. Los! Boah, du bist krank, Mann. Boah, geil! Warum krieg ich denn den Stern? Soll das? Weil du nicht so viele gekillt hast. Ich hab zwei gekillt, wie soll ich denn noch killen? Ja, ein paar mehr geht immer. Ich hab zwei gekillt. Ich hab einen gekillt. Wo geht's da bekommen? Ich hab einen Hater bekommen. Geh mal außen. Ja, solange die sich noch nichts kaufen können. Nehm doch mal die Bombe, den Bot. Oh, warte, ich kann mir was kaufen. Nehm die Bombe, den Bot ab, sonst geht er woanders lang. Wo ist der Bot? Neh. Ahhhh. Die sind fünf Mann außen. Wir gehen woanders lang. Der Bot. Achso, Karsten, mach das. Activating the Bombe. Dann komm ich auch mit außen. Nice Bot. Nice. Hä? Fuck, man, bin ich zurückgeruckelt. Ah, ein 100. Nein, ich hab's da erinnern. Das ist krass. Neh. Musst du gar nichts bauen, ey. Jetzt kannst du dich noch schießen. Yes. Jawohl, die habe ich schon gelegt. Muss jemand was legen? Ne. Okay. Ohne einen Bot. Mit dem Bot spielen wir besser. Ja, klar spielen wir mit dem Bot besser. Okay, ähm, wir gehen Rampe. Wo ist denn Gelb? Ja, ich kann mich gleich mal gucken, was mit seiner Pingen los ist. Der spielt sich wieder an Eiern rum. Boah. 753 Pingen. Kann man schon mal machen. Ah, da fehlt ich. Okay, ich bin wieder weg. Ich hab... Was? Ja, was? Nehe. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Sag mal, wo ich... Ich guck von hinten, ich guck von hinten. Ich guck von hinten vorwärts. Scheiße. Kasten, lauf. Ah. Rechts. Jetzt laufen. Gut. Ich vers... Ne, hä? Fuck. Jetzt laufen. Ah, scheiße. Okay. Wo? Wie ich lang fliege, ey. Das musst du sehen. Du... Du bewegst dich nicht mal einen Meter. Hey. Das sieht gut aus. Wo bin ich denn? Geil, so. Wo bin ich denn? Du bist immer noch am Sporen. Du stehst jetzt... Warte, wenn du jetzt springst, bist du im LKW drin. Nein, nein. Umdreh dir nochmal springen. Das sieht scheiße aus, sagst du mal. 995, da geht noch was. 96. Ja. Ja. Selbst. Ja. Selbst. Bordspiel besser. Sechsten. 96. Komm, Karsten. Die Taus machst du voll. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Also ich würde schätzen, du bist klatschrot. Ja, wo bin ich denn jetzt? Du stehst jetzt in der Ecke. Schieß! Welche Ecke? Nein, aufhören. Nachladen. Ich hab keine Ahnung. Jetzt links. Links. Schieß! Dreh dich um! Du hast noch fast ihn gekillt. Du hast ihn getroffen. Ich hab' mich nicht stolz. Okay, das müssen wir dann halt übernehmen. Wir müssen den jetzt ersetzen. Wir müssen die Bombe wegwerfen. Was? Oh, le. Kick ihm! Was ist mit der scheiß Kingdose? Kann ich auch noch. Also ich camp dann mal outside. Ja, ich geh ramter. Scheiße, die haben jetzt Aver. Die haben Aver. Und wir müssen ab... Moment, wir müssen abbiegen, da kriegst du Bombe. Der Brot regelt. Scheiße! Bleib da, bleib weg! Wo war der? Arsten, bauen wir deinen Ping wieder zusammen. Halt wieder Tasten ja schön. Hm... Aber mit 500 Ping kann man ganz angenehm spielen. Ja? Was hat denn sich da Felix so öfter geregt, dass man den spielen kann? Grab doch. Das ist ja 3 Leute. Ah... Ja, die hat sogar noch die Runde gewonnen. Jawoll, hier. Ich hab die auch gut aufgehalten. 1,42, 52 und eingekillt. Ist der ein Ping wieder gut? Ja, fast. Ich hab grad mit der 400 Ping vier Leute gekillt, also... Oha. Das ist fast. We must defeat them. We must defeat them. Mal gucken, ob man... Ach, ich hab die Bombe. Okay, wir schleichen. Wo schleichen wir denn hin? Keine Ahnung. Gib ihm mal die Bombe, bitte. Mh, mh. Mh, mh. Ah, ist einer. Nehm ich's nur als Jirgo. Den Tasten sowieso. Fuck. Deckt's. Ja, da war einer. Scheiße. Scheiße, jetzt komm hier. Das sind alten Seiten hier. Das war doch jetzt rotz. Das war eine Flop-Runde. Scheiße, ihr seid scheiße. Scheiße. Ich hätte dreimal killen können, hätte keiner die Türe zugemacht. Kannst du mir eine AK trocken? Ich kann die gar nichts trocken. 800. 800. Ne, du hast... Kannst du mir eine AK trocken? 300. Ne, geht gar nicht. Ich brauche wieder Anweisungen, wo ich hin muss. Oh, Karsten. Geht langsam vorwärts. Lass mal die AK fallen. Danke. Lass die am besten auch noch fallen, dann kann der, ähm, dann kann die Mist hier aufheben. Die Waffe. Lass fallen. Okay. Was machen wir? Zwei? Zwei hübschen. Versuch, ganz langsam irgendwo hinzugehen. Na? Na? Was ist denn hier schon wieder los mit euch beiden? Mit euch dreien. Versuch mit den 900 Pinkern wohinzugehen. Warte, lass den vor, lass den vor. Da war einer. Das nickt sich irgendwo bloß die Leute weg. 27 noch. Da, pro 90. Kannst du wieder spielen? Ja, 500. Ich weiß nicht. Wenn nicht, nehme ich die auf. Vorher sind wir so noch gerade irgendwie Updates. Ne, bei mir ist nichts. Ich habe gerade schon geguckt. Du hast manchmal ein paar Lacks, aber... Scheiße geht wieder hoch. Kann er laufen, alles gut. Ich laufe da, wo ich will. Ohne Lacks? Ja, ich will da mit. Hä? Ja, da war ich ganz woanders. Okay. Rampe. Aber. Ja. I go outside to the mall. Warum lauft die mir denn die ganze hinterher? Wo ist die Bombe? Oh! Oh! Jetzt nicht mehr. Was macht grün? Grün killt jetzt alle. Nein. Nice. Halt, Moment. Wieso kann ich denn hier ohne Lacks zugucken? Schnell! Lauf weiter! Wie geht das denn? Wieso kann ich denn hier mit 967er Ping ruckel los zugucken? Weil ich nur ruckel. Das ist ja logisch. Das ist schon komisch. Das ist doch scheiße. Ich kann ja auch mit TS hier. Amphibia. Hast du außen gehen? Ah. Bist du noch am fehlen? Ja. Hä? Machschau. Achtu. Ey, Klappe. Ey, warte, fack mich. 96, ich kann laufen. Scheiße, ich bin tot. Lass mal außen gehen. Die Hälfte geht innen. Ja. Ich muss was mit dem Bot sichern. Geht doch nicht außen. Geht doch nicht außen. Ist da ne Ava oder was? Ja. Ne, auch. Ey, ich hab den noch irgendwo getroffen. Vielleicht. Oder? Hab dich angezeigt. Wer hat dich angezeigt? Du! Ja. Wunder getroffen. Wtf. Ja, der ist dort unten in der Lobby. Ja. Wird sich jetzt wahrscheinlich zu der Bombe setzen. Sein ist so scheiße wie ich. Du bist so scheiße wie ich. Fuck. Wenigstens nicht downgewankt. Ich bin mir noch. Noch nicht. Vielleicht siehst du das jetzt erst noch, oder? 20, 20. Das geht ja noch. Ja, 13, 23. Mal gucken. Ja, jetzt bin ich mal auf die gespannt. Da ist 100 von einer dabei und so was. Ja, genau. Zwei noch gar nix. Wie wird denn das eigentlich gezählt? Noobs. Das sind einfach nur Noobs. Gut für dir. Mist. Noch n Spiel. Okay. Ja, bevor noch n Spiel los geht, war es das erstmal für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschau.